wenn wir uns in einem Part von Mario Party 4 jetzt haben wir in Goombas Spiegel eher derbe verkackt und jetzt gucken wir was wir jetzt spielen was für ein Spielbrett so eine Festplatte ich habe noch 61 Gigabyte und ich brauche ein paar zu 30 Gigabyte ich könnte noch zwei machen aber da habe ich nur ein Gigabyte frei und ich muss die Part noch umbehandeln und es wird ein bisschen knapp ja ich mache so ein Part jetzt und da will ich die umwandeln und hochladen das... ich mach ein bisschen... da scheinen wir zu fortsetzen hä, er entscheidet sich das zielt? zu fortsetzen? ich werde immer fortsetzen wo bin ich denn überhaupt ich habe dann das Spiel gespeichert oder? sagt Goombas Ding, ja toll! hier! oh Pech gehabt! ja bla 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 müssen wir noch mal suchen? nein! müssen wir noch eine Partie? okay! wir gehen... wo gehen wir denn hin, Leute? was machen wir denn? machen wir jetzt mal einer? ich meine Goomba war ja ganz links, ja? wir machen wohl links nach rechts, Leute, ja? wir machen wohl links nach rechts, Leute, ja? wir machen Scheiger's Jungle Champ, der Jungle wartet also ähm, let's party! ich guck mal was hier läuft... ich guck mal was hier läuft... ich guck mal was besser läuft... ich guck mal was besser läuft... Natürlich hat's Troll Champ! Das sieht doch gut aus, oder? Oh, das ist Daisy dabei. Willkommen zu Shy Guy's Dschungel Jam. Also, ich bin Shy Guy, euer Gastgeber. Ich habe hier den unverliebenden Abenteuer Dschungel angelegt. Tief im Herzen des Dschungels wartet eine weltvolle Geheimnisse auf euch. Also, ey, wer möchte als Erste losziehen? Letzter. Also, ey, Maluschi wäre der Nummer 1. Dann von Daisy. Maluschi wäre der Nummer 3. Alter, der letzte Zug. Seht mal, wie Daisy da steht, Leute. Voll erhaben und schön. Ähm, hier sind dann 10 Münzwehen von euch. Wahrscheinlich ist das ein bisschen schüchtern, hm? Irgendwie ein bisschen so komisch. Also, ähm, viel Spaß. Ähm, also hier ist dann der erste Stern, okay? Ähm, hier ist der Stern, sorry, aber nur gegen 20 Münzen gehört er euch. Ist logisch. Ist logisch. Die Musik. Na ja. Geht. Nichts in der Brille, aber ist nicht auch nicht schlecht. Geht. Ja. Können wir sehen können, was ich nicht Ihr könnt sagen. Nein. Sieh, dass die Karte in die Karte ist. Wir gucken, wir gucken mal die Karte an, hä. So geht es schon so schön wie das sind die Karren gar nicht, Leute, ja? Hier ist nur so ein bisschen... Aber ich kann da voll viel Detail sein, die Bauten und hier ist so... Oh, hier geht es sogar erst mal in Gans. Okay. Dann machen wir mal 10. Wunderbar, wir nehmen das hier, was bekommen wir? Ein Maxi-Pits. Ein Maxi-Pits, wunderbar. So, erstes Spiel, Leute. Ich muss doch nicht nur mehr einstellen, speichern, einstellen. Okay, wenn wir uns jetzt kennenlernen, dann müssen wir einen Dieb suchen. Das kennenlernen, das kennenlernen, das kennenlernen. Äh, ja, ja, ist okay. Und bin ich rechts unten. Ja, komm, lass mich. Ich kann nicht, Leute, ich kann nicht, ich kann nicht steuern. Ach, mit R. Ach, komm. Hm. noch keiner drin aber ich hab's Mario wohnen weil er das Spiel gewonnen das ist glücklicher Leute, ich geh immer nach rechts und guck halt immer das ist mir echt glücklicher Leute, das haben wir halt im zufällig gefunden, ja oh, der spielt automatisch, wunderbar es ist eingestellt, wenn er abschließen sollte dann passiert nichts Leute, nochmal, ich sag's jetzt nochmal Leute, ich sehe, dass meine Parts angeguckt werden, ja ich hab immer ein paar Aufrufe warum schreibst du denn keinen Kommentar wisst ihr nicht, was ihr schreiben sollt oder warum machst du mir keinen Kommentar da oder guckst du in den ersten paar Sekunden und dann, äh, kriegt ihr weg weil ich scheiße bin oder so keine Ahnung keine Ahnung, also ich bin nicht scheiße, aber Leute, es würde mich schon freuen, wenn ihr die Parts angeguckt würde mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentar da schreibt vielleicht irgendwie gutes Display oder schlechtes Display oder gib mir Tipps zu malen, Kathi was es was es so mit den Dingen auf sich hat mit den Sternen und so wo muss ich denn hin zum Stern, muss ich glaube ich hier rauf, oder so 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 auch Der Scheiß, wie der. Wo ist denn? Versuch mal an allen Seiten verwenden sollen. Der Einzelne muss mal in den Kreis laufen mit dem Wasser zu fallen. Lachen in den Kreis laufen. Leute, das habe ich fast geschafft damals, ja? Gucken, warum es jetzt läuft. Ich habe jetzt immer einen Kreis ein bisschen. Ich muss das ausbaden und ziehen, das Ding. Warum bin ich untergefallen? Ich muss das ausbaden und ziehen, das Ding. Ich muss das in die Gegend irgendwie so ausbaden und ziehen oder so. Keine Ahnung. Ja, scheiße. Scheiße. Ja, ok. Weiter geht's. Jetzt kommt die Anonymous. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, nein, dann hättest du ja können mit meinem Alnich hier an den Intimladen. Nein, dann hättest du ja können mal kurz. Du und mal so, was es gibt. Sie geht halt in den Intimladen. Leider, stärker habe ich daran vergessen. So, dass wir den Profil von mir in den Intimladen kennenlernen. Ich kann euch denn auf keinen Fall Ich hab ne geile Idee Ich hab ne geile Idee Ich hab ne geile Idee Sie macht die Pilz Und Vielleicht krieg ich die große Zahl Dann treff ich ein paar Wir werden mit ihr oder? Wir werden vertauscht Dann eher mit Oder kommt zu mir Ja Ich hab ne an Ich hab ne an